Noch sind die Initialen auf dem Trainingsanzug die falschen. Fürs Erste muss Nadine Angrer mit den Kleidern des Materialwarts Vorlieb nehmen. Kein Wunder, schliesslich hat der Verband die Verpflichtung der Deutschen erst vor einer Woche kommuniziert. Davor war Angrer Torwarttrainerin bei den Portland Thorns, einem Top-Club in den USA. Ja, natürlich ist es immer ein aufregendes Gefühl, neu irgendwo hinzukommen. Ich war jetzt zehn Jahre, wie gesagt, in Portland, man kennt alles, man hat ja mit die Strukturen aufgebaut. Das war ja absolut Leben in der Komfortzone. Und jetzt hier in die Schweiz zu kommen, neues Trainerteam, neue Spielerinnen, Switcher-Dutch zu hören, ist natürlich immer ein bisschen raus auf der Komfortzone und ja, auch eine neue Herausforderung für mich, klar. Eine neue Aufgabe für eine, die im Fussball fast alles erlebt und erreicht hat. Champions-League-Siegerin, Weltmeisterin, Europameisterin. 2013 hält sie im EM-Final zwei Penaltys und wird danach als Weltfussballerin des Jahres ausgezeichnet. Angrer ist ein Star, der Hut ihr Markenzeichen. Ihre Verpflichtung für das Schweizer Nationalteam kommt einem Kuh gleich. Ja, eigentlich war von meiner Seite aus geplant, dass ich nach zehn Jahren in Amerika jetzt erstmal Pause mache, bis Juni, Juli. Dann hat sich Mitte März und Pia gemeldet und dann kann man natürlich schwer Nein sagen. Schwieriger wird für Angerer in den nächsten Monaten die Frage nach der Nummer eins im Schweizer Tour. Wird es Livia Peng von Werder Bremen links oder Elvira Herzog von RB Leipzig rechts? In den ersten Trainings ist erst einmal Kennenlernen angesagt und das auf möglichst entspannte Art. Ich finde das Torwartspiel ist eh schon sehr stressig von der mentalen Seite her und von daher ist es auch wichtig, mal ein bisschen Spass im Training zu haben. Aber gleichzeitig auch dann, wenn gearbeitet wird, sehr fokussiert und hart zu arbeiten, aber dann auch im Training ein bisschen mal durchzuatmen, ein bisschen die Stimmung zu verändern, dass man wieder gelacht wird und nicht nur alles ernst, ernst, ernst sein muss. Es scheint alles da. Der frische Wind, der grosse Name, die Erfahrung. Nadine Angrer ist die Frau, die bei den Schweizer Torhüterinnen ab sofort das Zepter in der Hand hat.